Ja, vielen Dank für alles, dass ihr mir zugehört habt, dass ihr mir gefolgt seid auf diesem Kanal. Und ihr merkt schon an der Ansprache, dass ich also vorhabe, diesen Kanal einzustanken. Also er wird geschlossen. Ich werde ihn am Jahresende, also spätestens bis zum 6. Januar, geschlossen haben. Warum? Mit diesem Kanal bin ich ja sozusagen auf Gangsterjagd gegangen und es ist im Prinzip alles gesagt worden von mir, was gesagt werden kann, weil das System funktioniert immer gleich. Es war immer ein bisschen anders verpackt, doch es funktioniert immer gleich, egal was sie dir sagen und versprechen. Und da ist das egal, ob ihr im Internet seid und da was erfahrt oder ob ihr bei einem dubiosen Händler seid. Jetzt formuliere ich das mal so. Ob ihr egal was kauft, überall gibt es ehrliche und unehrliche Menschen. Und genauso auch in der Politik, da funktioniert das genauso wie bei den Liebesbetrübern. Und ich bin dankbar, dass ich meinen Liebesbetrüger hatte. So habe ich nämlich zum Beispiel endlich kapiert, wie Politik funktioniert. Und es gilt, was ich sage, nicht für jeden, aber es gibt so einige. Also Lobbyisten und wenn Lobbyisten dann schon Einfluss nehmen auf Minister und auf andere Abgeordnete, die unsere Interessen vertreten sollten und nicht die Interessen von irgendwelchen Firmen, dann kann man überlegen, was denn in Wirklichkeit abgeht. Ich weiß also so ein bisschen immerhin, wovon ich rede. So, jetzt habe ich also erst nochmal ein bisschen Feuer ins Wasser geworfen. Ich möchte jedoch die ganzen Energien, das sind negative Energien, die ich jetzt gerade verbreitet habe, die möchte ich rausziehen. Und wir sollten uns alle sozusagen aus dieser Gedankenwelt, aus dieser Themenwelt, egal was jetzt von irgendwo kommt, rausziehen. Mit unserem Körper, mit unserem Geist, vor allen Dingen Geist und Seele und unserem Körper. Weil ich merke wirklich, ich besitze keinen Fernseher, schon seit Jahren nicht. Jahren kann ich jetzt im Moment nicht sagen, also Jahre kann ich sagen, Jahrzehnte noch nicht. Jedoch immer, ja, in meiner Studentenzeit, ich habe eigentlich persönlich nie einen Fernseher gehabt. Ich hatte immer nur einen Fernseher, wenn ich nicht alleine gelebt habe. Und die habe ich dann, sobald der Mensch weg war, habe ich regelmäßig meine Fernsehapparate verschenkt. Als Beispiel mal, ne? So, also, schaut euch nicht die Medien an. Hört euch nicht die Nachrichten an. Ihr regt euch auf. Ich lese, ab und zu gehe ich mal so Schatz durch, was ich auch nur noch ganz selten gemacht habe. Ich habe das die letzten zwei Jahre sehr viel gemacht, bis ich gesagt habe, ich werde krank davon. Weil da gibt es nur Angstmacherei, Zankerei, Mord und Totschlag und nichts anderes. Und Blenderei. Blenderei, Augenwischerei. Folgt keinen von diesen Leuten. Folgt keinem. Hört in euer Herz hinein. Und da wisst ihr genau, was wahr ist. Und wenn ihr ein schlechtes Gefühl habt, dann hört auf das Gefühl. Glaubt keinem Arzt, glaubt keinem Mediziner, keinem Apotheker und mir natürlich auch nicht. Es sind Theorien. Auch was ich euch jetzt erzähle, könnt ihr ja vielleicht sagen, Ute, na, ich weiß nicht, du erzählst da auch wieder Theorien. Mir geht es psychisch besser, seitdem ich kaum noch, ich muss sagen, kaum noch. Die wichtigsten Nachrichten, die kriegt man sowieso immer mit. Aber seitdem ich kaum noch mir irgendwelche Chats von irgendwelchen Leuten ansehe. Seitdem ich mir kaum noch irgendwelche Filme von irgendwelchen Leuten ansehe. Weil ich gucke, dass ich in mir bleibe. In mir, in meiner Mitte. Ich habe die so oft verschenkt. Mein Herz, meine Mitte, alles. Und ich komme aus diesem Dilemma, was anderes ist es nicht. Aus diesem Spiel. Ich betrachte, erzähle mir mal Kasperle-Theater. Beim Kasperle gab es auch immer einen. Und dass ich aus diesem Kasperle-Theater, das hier im Moment abgeht. Dass ich zuerst meine Familie, mein Umfeld, dass die daraus gesund und kräftig herauskommen. Und da brauche ich keinen, der mich bevormundet. Keiner, der mir sagt, was ich zu machen habe. Keiner, der mir sagt, welche Tabletten oder Sonstiges ich nehmen soll. Und da gebe ich euch jetzt auch noch ein gutes Beispiel. Beispiel, ich habe mal gelesen, in irgendeinem von diesen ganzen Büchern, die ich so in meinem Leben lese, da war dann eine Frau, Beka heißt die, ich glaube, die heißt sogar Mary Beka. Und sie betet, und dann werden die Leute, die Menschen gesund. Und so ist es auch. Man wird, wenn man tief innerlich daran glaubt und sich immer stärkt, wird man gesund. Dann habe ich irgendwie so eine Passage gelesen. Ja, und dieses Kind hörte immer auf mich, das ist gestürzt und blutete ganz stark. Und die Mutter fing an, ha, 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 Kind, du armes Kind. Auch sagte die, Mama, was hast du denn? Das gibt es doch gar nicht. Und sofort hörte das, also sofort, ein bisschen später hörte die Blutung auf. Da habe ich mir gedacht, ich hatte mich auch zu Jahresbeginn mal ganz doof gestochen. Und dann fiel mir das ein, es blutete ganz schön. Und dann habe ich gesagt, hör mal auf mit dem Theater, dich gibt es doch gar nicht. Und es wurde immer weniger. Und zack, war das Blut weg. Was ähnliches hatte ich dann die Tage. Und da ist mir wirklich, also normalerweise würde ich sagen, der Zeh war garantiert zumindest dick geprellt, wenn nicht angerissen oder sonst was. Es ist mir eine richtig schwere Platte auf den dicken Zeh gefallen. Barfuß natürlich. Es hat Schweine wehgetan, kann ich euch sagen. Und dann bin ich also rum, habe gejaut und habe dann natürlich immer gesagt, mein Zeh ist gesund, mein Zeh ist ganz, er ist glücklich, er ist ganz, er kann alles, er bewegt sich und so weiter. Ich hatte keinen blauen Fleck, ich hatte gar nichts. Nach fünf Minuten konnte ich wieder nach richtig laufen, ohne Schmerzen, schmerzfrei. Und normalerweise hätte ich so einen dicken Zeh mindestens gehabt. Also, konzentriert euch auf euch, auf eure Gesundheit, auf euren Körper. Du kannst alles hiermit lenken und steuern. Und deswegen gebe ich auch dieses Thema, weswegen ihr mir ja auch in der Regel zuschaut, mit den Betrügern. Achtet, ich zeige euch nochmal die zwei Bücher. Also, hier ist das ja, kann man überhaupt sehen, ich habe hier im Moment so viel Sonne, hier im Raum. Aber auf jeden Fall, this is a scam, mom. Na, das ist die englische Ausgabe. Und hier ist die deutsche Ausgabe, sonst blende ich die nachher nochmal ein. Die deutsche Ausgabe hier, warnen Liebesbetrüger, Scam Alert auf allen sozialen Plattformen, wie Facebook, Instagram, LinkedIn und so weiter. Das läuft noch unter Ute Maria Düsterwald. Das englische läuft schon unter Ute Maria Menning, Entschuldigung. Und das hier läuft dann schon, die englische Ausgabe, unter Ute Düsterwald. Und hier erzähle ich euch, wie sie vorgelegen, die Betrüger. Das ist kein Liebesroman, da sind Chats drin, wie sie schreiben, wie sie reden, wie sie dich wo reinziehen, dass sie immer eine dritte Person haben. Und auch, dass du zum Beispiel immer lauernd andere Konten kriegst und wie das Geld dann zu denen kommt. Dass du in der Regel keinen Videoanruf hast, aber das hängt ja auch davon ab, was sie mit dir vorhaben. Also du kannst auch Videoanrufe kriegen und dann hast aber schon das Problem, hast einen Videoanruf, dann gibt es ja auch schon eine Aufzeichnung. Und wenn ihr also was empfehlen wollt, dann dürft ihr, also die zwei Bücher hier, also die englische Variante und die deutsche Variante, die gibt es also auf Amazon. Und da könnt ihr ja dann lesen oder dürft ihr es lesen. Ich freue mich, damit würdet ihr mich und meine kleine Familie ein wenig unterstützen. Ja, ich gebe dieses Thema Betrug und alles, was ich jetzt vorher an Negativen erzählt habe, und das löschen wir jetzt auch, gebe ich ans Feld ab. Ihr, davon gehe ich aus, ihr wollt alle glücklich leben. Ihr wollt alle ohne Betrug leben. Ihr wollt alle, ich nenne es mal Freiräume, weil Freiheit in diesem Raum gibt es kaum. Du kannst die innere Freiheit haben, aber im Äußeren kannst du dir nur Freiräume schaffen. Ja, deswegen gebe ich das ganze Thema Lügen, Betrug, Diebstahl in den Raum rein, da wir ja auch alle miteinander verbunden sind. Ja, ich gebe es in den Raum rein, damit sich dieses Thema für immer auflösen kann. Also bei mir löst es sich auf, nur wenn ich mich jetzt weiterhin mit diesem Thema beschäftige, ziehe ich ganz viel Negatives weiterhin in mein Leben rein und das möchte ich nicht. Also löst euch bitte auch von diesen ganzen negativen Inhalten, die es so gibt im Moment auf der Welt, also auch sehr verstärkt. Glaubt keinem und schaut, dass ihr in euch eure Mitte findet, dass ihr klare, saubere Gedanken habt. Und ja, dann ändert sich euer Leben. Du bist ja der Baumeister deines Lebens. Und wenn ich das jetzt weiter in meinem Leben lasse, komme ich nicht weiter. Ich will wieder das haben, was ich vor dem Betrug hatte. Vom Gefühl her. Weil ihr kennt den einen Beitrag, wo ich sagte, ich bin wie tot. Und wenn ich mich jetzt weiter damit beschäftige, dann kommt das, wo ich mich langsam wieder rausgearbeitet habe, kommt in irgendeiner anderen Form wieder zurück. Und das ist gestrichen. Trotzdem heißt das ja nicht, dass ihr auf mich verzichten müsst oder so. Wenn ihr wollt. Es gibt auch einen Kanal, der heißt Ute Düsterwald. Der ein oder andere kennt den ja auch wahrscheinlich. Und da gibt es das Thema nicht. Wobei ich schon drei, vier Folgen noch, also die besten, auf diesen Kanal hochladen werde. Da gibt es andere Inhalte. Da geht es ums Wasser. Da geht es um Ernährung. Das ist gerade im Aufbau. Es geht natürlich auch um Märchen und Legenden. Weil die auch ganz wichtig sind. Weil die uns ganz vieles zu sagen haben. Und ich arbeite auch mit Saint-Germain. Lese ich die Reden vor. Und was mir gut tut. Also da ist alles drauf, auch was mir persönlich gut tut. Gut, sonntags gibt es immer ein Interview. Und das Highlight oder auch jeder Tag ist ein Highlight, ist, dass ich samstags Gedichte von Friedrich dem Großen, dem alten Fritz vorlese. Und da kann ich euch sagen, ich kann euch sagen, er hat eine richtig spitze Feder. Was der als junger Mensch schon analysiert hatte und wie spitzfindig er war und alles verstanden hat, ich habe einen Beitrag einfach nur genannt, harter Tobak. Diese Woche Samstag kommt eins raus. Das ist ein Gedicht. Da habe ich das vorgelesen. Und dann hörte ich auf einmal, boah Mama, er lobt den Künstler aber richtig gut. Also das war mehr als Lob. Das war die Krönung, kannst du fast sagen. Mehr kann ein Künstler gar nicht erwarten. Ich habe gesagt, ja. Und er weiß auch ganz genau, wen er lobt und wen er nicht lobt. Und wenn man die Gedichte auch von ihm anhört, dann weiß man, wo der Hase begraben ist, auch heute noch. Und das erstaunt mich halt. Jedes Mal, wenn ich die Sachen lese und wenn er in die Politik reingeht, da schlucke ich so manches Mal und denke, da hat sich bis heute nichts verändert. Und deswegen hören wir auch den großen alten Herrn Fritz, nenne ich ihn mal. Und wir sollten alle zurück in die Geschichte gehen und schauen, was da wirklich war. So, also wie gesagt, wer will, darf meinen anderen Kanal abonnieren und mir weiter folgen. Wer nicht will, das ist ja natürlich Ihnen frei überlassen. Dem wünsche ich alles Gute. viel Glück, Friede kann ich sagen, viel Freiraum und viel Unabhängigkeit. Sei schön in deiner Mitte und lasse dich nicht beirren, weil du bestimmst, was in dein Leben kommt. Ich danke dir, deine gute Düsterweite. Und die gute Zeit. Vielen Dank.